In der kommenden Woche kommt ganz viel Arbeit auf mich zu und trotzdem empfinde ich es als würde ich in Urlaub fahren. Ich werde nicht irgendwo faul am Strand liegen oder in irgendwelchen Bergen hin und her klettern, sondern ich werde ganz viele Medienarbeit machen und das ist für mich wie Urlaub. Es steht eine Synchronisation an von einem Interview, was ich vor einiger Zeit in Nepal gemacht habe. Dann werden wir mit den Keyboards und Synthesizer ein paar neue Jingles machen und ganz viel Arbeit hier im Green Room, aber auch draußen. Ein paar Andachten aufnehmen, ein paar Updates von Fidangi machen und dann das Ganze im Schneideraum, in der sogenannten Editing Suite, in der Post-Production dann bearbeiten. Aber bevor ich dann nächste Woche vor die Kamera trete, geht es dann erst doch mal zum Friseur. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020